Es war ein dreckiges 1-1, also es tut schon weh, aber wirft uns weg. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH 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 im Auftrag des WDR Wir haben die erste gute Aktion, die wir ausgepresst haben, die dann zum 1-0 geführt hat. Das war sehr gut raus. Das war sehr gut. Das war's! Ich will gleich Nächste Verletzungspause Hau drauf Nächste Verletzungspause Ui Ja, den richtiger Riesch Ich will etwas heiße 1-2, alle einstrecken 1-2, alle einstrecken Wow! Wieder ein Japen gesatzen. Gut, Daniel! Na, Junge! Lässt du der Ultras rüber? Ui! Ui! Eigentlich weiter hinten! Wandel, Wandel! Ausdosen! Wandel, Wandel! Wandel! Scheiße! Wandel, Wandel! War schon! Wandel, Wandel! Wandel, Wandel, Wandel! Jawohl! Ah, das ist so gut! Ja! Oh, du bist so schlecht! Hörst du? Hörst du dich nicht? Auch nicht erwähnt. Abseits! Abseits! Jawohl! Jawohl! Es war insgesamt, denke ich, ein sehr gutes Spiel. Am Anfang abtasten, Reichbach hat sehr stark auf Konta eingestellt. Hatten wir auch immer noch Probleme, hatten wir auch Glück gehabt. Wir haben hier und der Matze sehr gut pariert. Dann haben wir uns aber gefangen. Und das Spiel 2 hat es jetzt immer wesentlich besser am Spiel gekommen. Den Gegner hat häufig unter Druck gesetzt. Haben da vielleicht versäumt, das 2 zu 0 zu machen. Und dann zum Schluss, in der Nachspielzeit, als der Gegner aufmacht und wir die Konter wirklich fahrlässig, fahrlässig nicht abschließen. Und dann der Gegner dann noch das 1 zu 1 macht. Es ist natürlich bitterlich, hart, letztendlich muss man sagen. Ja, also die hätten davor die Möglichkeit gehabt, wo wir Glück hatten. Ja, letztendlich gerechnet. Los geht's nochmal. Die Kliniken ist heute dran. In der Box 5. Los geht's! Ja, nachdem der Box ist es! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Vielen Dank.